Hey Leute, hier ist der Tylo und wir sind hier beim German Top Cod Shot vom 24. Januar 2012. Und wir befinden uns hier auf einer Map, die ich vorher noch nie gespielt habe, und zwar auf einer Map Broadcast in COD4. Und der Dubsabedit, was macht er? Der reißt einfach einen No-Scope Triple. Ich habe noch nie einen No-Scope Triple geschafft und er macht es einfach so aus dem Handgelenk. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Tylo. Peace out. Bis zum nächsten Mal.